Herzlich willkommen zum zweiten Haustteil von TheFußballGamer. Wir wissen noch nicht wie wir das ganze Video nennen. Da ist der Ballo schon drin. Der zweite Teil. Warum denn der zweite Teil eigentlich? Weil das ganze zu lang wurde und nicht sehr toll war. Wir laden vielleicht noch ein paar Fails hoch. Hab ich aber schon in der vor dem Video gesagt. Da ist der Ballo schon drin. Wir sind mit zwei Freunden hier. Einmal mit Nilo und einmal mit dem Yannick.